Musik Ja, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde Europa neu geordnet, besonders um Deutschland herum ergaben sich neue Grenzführungen. Im Norden kriegte Dänemark von Deutschland das Gebiet, das Nordschleswig hieß, von Appenrade im Norden bis Flensburg runter, das Land wurde zu Dänemark geschlagen. Im Westen war es Eupen Malmedy, das kam zu Belgien, das Elsass-Lothringen kam zu Frankreich. Im Osten entstand ein neuer polnischer Staat, der einen Zugang zur Ostsee haben wollte und den auch bekam. Und das war der sogenannte Korridor, der einen Großteil von Westpreußen beinhaltete. Dann war da noch das Mebelland. Und, richtig, es war oben in Ostpreußen noch das Mebelland, das... Erstmal Französisch besetzt wurde und dann 1923 von Litauen annektiert, ne? Ja, die 2.30, 2.30. Ja, ja, das war es. Ja, 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 ja. Der Völkerbund, der diese Neuordnung begleitete, war sehr schwach und ließ sich von allen möglichen Interessen dann überfahren. Und so entstand, besonders kurios, der Freistaat Danzig, die Stadt war immer überwiegend über 90% deutsch gewesen, hatte sich zeitweilig aus finanziellen Gründen auch dem polnischen Staat unterstellt, der polnischen Krone unterstellt. Allerdings mit der Einschränkung, wenn der polnische König mit Gefolge Danzig besuchte, dann musste er das Waffen los tun. So. Und die Kaufmannschaft war holländisch und deutsch geprägt und dieses Danzig wurde zu einem Freistaat erklärt. Und da eine Stadt oder Hinterland nicht lebensfähig ist, bekam also Danzig ein Stück Hinterland westlich in die sogenannte Kaschubei hinein und nach Süden das große Danziger Werder zwischen Weichsel und Nogat gelegen. Das reichte im Süden bis Marienburg. Dieser Freistaat Danzig war auch völlig deutsch besiedelt und die Bevölkerung war nicht für diesen neuen Staat, fühlte sich immer zum Deutschen Reich gehörig und suchte nun nach Kräften zu überleben und die Verwaltung dieses Freistaats Danzig war sehr zusammengewürfelt, so wie der Völkerbund eben auch recht bunt war. Die Finanzhoheit hatten die Holländer, Post und Bahn beaufsichtigten die Polen, die auch die Außenpolitik für den Freistaat Danzig wahrnahmen, was dann dazu führte, wenn die Stadt Danzig ein Gastspiel aus Berlin einladen wollte, dann mussten sie das dem polnischen Außenminister unterbreiten, der das dem deutschen Außenminister in Berlin erzählt hat, der dann entschied, dass eine Berliner Oper oder ein Berliner Theater nach Danzig reisen konnte. So kompliziert war das. Kannst du da was einflicken? Ja. Korridor, da müssen wir dazu, das ist wichtig meine ich, dass Ostpreußen durch den Korridor vom Reich abgeschnitten wurde. Das war eine ganz gravierende Sache. Ja, dass das Ostpreußen nur über die Durchfahrt durch den Korridor überhaupt erreicht werden konnte. Oder über den Seeweg. Oder über den Seeweg. Ja, der Seeweg Ostpreußen wurde hier dann erst ein paar Jahre später gegründet, weil die Polen ja bei der Durchfahrt der Züge so viele Schwierigkeiten machten. Der Seedienst Ostpreußen wurde zu Zwecken schon unter Volksabstimmung gegründet. Der blieb dann bestehen. Ach so. Der Freistaat Danzig war flächenmäßig ja nicht groß. Mit dem Fahrrad konnte man von einem Ende zum anderen so ungefähr an einem Tag bequem fahren. Und dort, wo mein Elternhaus war, wo unser Elternhaus war, war es bis in die Stadt Marienburg, die wieder im Deutschen Reich in Ostpreußen lag, zwölf Kilometer zu fahren. Es wurde mit Vorliebe in Marienburg eingekauft. Die Polen waren daran interessiert, im Freistaat Danzig vorwiegend polnische Ware zu verkaufen. Zollmäßig gehörte der Freistaat Danzig auch zum polnischen Gebiet. Und so war also an der Reichsgrenze zu Marienburg auch eine Zollstation, die zu passieren war. Mit Passkontrolle. Aus dem Freistaat Danzig heraus konnte man diese Zollkontrolle eigentlich problemlos passieren. Eine Besonderheit gab es, nicht nur die Menschen mussten Pässe haben, auch die Pferde hatten sogenannte Pferdepässe. Das Lichtbild in diesem Pferdepass zeigte die Stirn und die für die Pferde typische Blässe auf der Stirn, die angeblich bei jedem Pferd irgendwie anders gestaltet sei. Ich glaube angeblich, tatsächlich so. Und die Farbe. Und die Farbe. Und die Polen waren daran interessiert, dass möglichst wenig Pferde aus dem ostpreußischen Gebiet eingeführt wurden, wo es ja die berühmten Trakene gab. Und die Bevölkerung hatte darüber nachgedacht, die Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze, wie man trotzdem im Freistaat Danzig halt gute ostpreußische Pferde haben könnte. Und so gab es Spezialisten, die in der Lage waren, aufgrund des Pferdepasses aus dem Freistaat Danzig, einem ostpreußischen Trakene eine typgenaue Blässe auf die Stirn zu malen. Und damit war das Pferd halt legalisiert. Das wird sicherlich nicht in alle Tage vorgekommen sein, aber was alle Tage vorkam, das war die Schmuggelei von Gebrauchgegenständen, und Kleidungsstücken, Spielzeugen und so weiter. Ich habe mal zu den Pferden. Pässe habe ich auch noch was. Neben der Namensgleichheit manchmal, wurden die Pässe verwechselt im Zollamt. Wenn wir dann nachts zurückkamen aus der Stadt, und dann gab es dann nach Nealga, der Vater sagt, das ist der Pass von Klaassen Blumstein. Und dann stimmte das mit dem Pferd nicht überein. Das war dann schwierig, bis nachts festzustellen, ob das das Pferd war, das auf dem Pass stand oder nicht. Das war mehrmals der Fall. Weil so viele Klaassen es gab. Das auch, genau. In Köln wäre es das Problem mit Meier und Müller gewesen. Schmitz. Schmitz. Ja. In der Mitte der Brücke, die über die Nogat ging, war ein weißer Strich. Und da passierte man die Grenze zwischen dem Freistaat Danzig und dem Deutschen Reich. Eine Besonderheit noch für diese Brücke war, seit eh und je, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, ein Brückenzoll zu zahlen. Das war für Fußgänger ganz wenige Pfennige. Für Pferd und Wagen war es dann eben etwas mehr. Es stand dort am Brückenanfang in der Regel ein Mann mit einer Tasche bewährt. Wenn ein Fahrzeug da rankam, hielt das an und der Mann kriegte seinen Brückenzoll und dann konnte man weiterfahren. Dann wurde in Marienbrück eingekauft. Gab es eigentlich eine Bestätigung dafür? Einen Schein oder wie? Weiß ich gar nicht. Das, nein, weiß ich auch nicht. Ob es etwas Zettel dafür gab, Kassenzettel oder wie, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass das Dittchen rausgereicht wurde und dann konnten wir weiterfahren. Das hätte wohl jetzt sein, das ist mir auch nicht aufgefahren. Aber dann hätte der ja, dann hätte der ja, dann hätte der ja kassiert ohne Quittung. Ja. Bist du seltsam? Ja. Gab es eigentlich nicht in Preußen? In Preußen gab es das nicht. Aber ich habe das nie gesehen, dass er noch einen Zettel da hatte, aber das hat man als Kind auch nicht so beachtet. So. Eine Seltsamheit auf der Brücke war noch, die Kleinbahn von Marienbrück ins Werder hinein fuhr auf dieser gleichen Brücke. Zwar durch Gitter abgeteilt von der Fahrbahn, aber es kam schon zu interessanten Begegnungen, wenn so ein feuriger Elias die scheuen Pferde erschreckte. Da konnte es schon mal sein, dass es ein bisschen flott ging. Und dann fuhr man nach Marienburg hinein und dann wurde eingekauft. Die Kinder waren dabei, Schuhe mussten gekauft werden, mussten ja die Kinder mit Schuhe anpassen. Spielzeug wurde gekauft vielleicht auch und man musste das ja irgendwo entweder verzollen, was offensichtlich relativ teuer war, vor allen Dingen sehr widerwärtig war, weil diese Grenze ja willkürlich gezogen war nach dem Ersten Weltkrieg. Man akzeptierte sie nicht, also musste man sehen, wie man über die Grenze kam, möglichst ohne seinen Oberloß zu bezahlen. Dazu gab es im Winter mehr Verstecke noch als im Sommer. Im Winter war es so, dass die Kutscher lange, dicke Pelze hatten. Diese Pelze konnten auch einen vor Schneesturm und 20 Grad Frost gut warm halten. Und diese Pelze hatten innen drin Taschen. Natürlich gingen die Taschen bis unten auf den Mantel, auf den Pelzsaum. Alles was man da reinsteckte, das fiel gleich in unterirdische Tiefen. und war so nicht zu orten. Desgleichen, die Wagen, mit Pferd und Wagen wurde ja viel gefahren, oder auch die Kutsche, die hatten an den Seiten in den Polstern irgendwo Winkel und da konnte man einiges verstecken. Auf der Rückfahrt konnte es dann passieren, man fuhr vor den polnischen Zoll und der Zöllner kam und fragte, haben sie was zu verzollen? Nein, haben sie gar nicht gekauft in Marienburg. Ja, dann wurden ein paar kleine Sachen vorgezeigt, das war dann alles. Und die polnischen Zöllner ihrerseits hatten ja gelernt auch, dass solche Wagen tiefe Taschen hatten. Da konnte es sein, dass sie mit einem Drahthaken in die Polster gingen und vielleicht sogar Fetzen von hübschen Kleidern hervorholten. Oder auch, dass ein Kind mit einmal sagte, wo sind denn meine neuen Schuhe? Weil die Eltern ja gesagt haben, sie haben nichts zu verzollen. Ja, dann ging es dann zur Sonderbehandlung in das Zollhaus. Das konnte dann lange dauern, bis der Wagen wieder freigegeben wurde zum Weiterfahren. Es konnte auch sein, dass man die Pelze ausziehen musste und dass die abgetastet wurden, ob da irgendwo was drin war. Es konnte auch sein, dass ein Zöllner gesehen hat, wie viel vielleicht da drin war und ihm die Leute auch sympathisch waren und er dann das Zeichen gegeben hat zum Weiterfahren. Unsere Mutter hat erzählt, sie wollten zu Weihnachten irgendwie Spielzeug kaufen und es ging wohl um eine Eisenbahn, die in Marienburg zu kaufen war. Sie hat den Zöllner beim Reinfahren gefragt, wie ist es denn, wenn wir hier eine Eisenbahn in Marienburg kaufen? Ist dann jede Schiene ein Spielzeug und jede Lokomotive und jeder Wagen ein Spielzeug oder ist die Eisenbahn als Stück ein Spielzeug? Und dann hat der Zöllner zu ihr gesagt, wenn Sie bis 4 Uhr nach das hier vorbeikommen, dann bin ich hier, dann ist die Eisenbahn ein Spielzeug. Wenn Sie später kommen, sind da Kollegen da, da kann es sein, wie Sie gefragt haben, dass jede Schiene ein Spielzeug ist. So, also dann hat man schon vorher Bescheid gewusst und hat die Zeit entsprechend genutzt. Das heißt also, es gab auch keine einsehbaren und einklagbaren Bestimmungen, sondern das wurde an der Grenze völlig willkürlich gehandhabt. Die konnten mit den Leuten machen, was sie wollten. Also, das weiß ich nicht. Die werden schon ihre Bestimmungen gehabt haben. Aber die Einzelheiten, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich weiß nur mal zurück zum Stichwort Schuhekauf. Mir haben sie dann auch ein paar gekauft. Ich war da drüben, nicht? Und da hat der Vater und die Mutter haben mich unter den Arm genommen dann und haben gesagt, jetzt schlupfst du mal schön die Straße entlang. Das war ja sonst zu Hause, war das Gegenteil, war das ja nicht üblich, nicht? Also, du schlupfst mal schön, nicht? Und dann sind wir da 500 Meter hin und 500 Meter her. Und da war die Sache in Ordnung. Kapiert habe ich das damals nicht, warum. Aber naja, die sollten gebraucht aussehen, nicht? Die Schuhe, ja. Genau, die Alten blieben da. Ja. Und die Neuen hast du dann angezogen. Und wenn die oben sahen, sie neu aus und die Schuhsohlen waren dann schon gebraucht. Und dann war die Sache scheinbar in Ordnung. So ging das auch. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir deswegen Schwierigkeiten hatten, wegen meinen Schuhen. Das war nicht der Fall. Ja, das sind so Sachen, die muss man überlegen vorher, wie man es am besten macht. Naja, und dann geschmuggelt, ja nochmal auch hin und her. Wir hatten ja auch Verwandte in Marienburg. Und wenn wir da hinfuhren und dann wurde ihnen das mitgebracht, Butter oder Fleisch oder beides. Und das musste dann auch gut versteckt werden dann. Oder versteckt werden muss das. Hing wäre das so gekommen. Aber sie haben das, ich weiß es, das war der Verdeckwagen, der hatte Fenster, wie bei der Eisenbahn, wenn die hochzogst, da konntest du die runterlassen dann. Ach ja. Konntest du die versenken. Und in dem Schlitz ist scheinbar Butter versteckt worden. Und die haben sie nicht mehr rausgekriegt. Und im nächsten Sommer, im nächsten Sommer ist dann rausgetropst. Und dann war sie draus. Ja. Herrlich. Ja, das waren schon. Also man, da habe ich vor kurzem ein Buch gelesen, gerade von dem Klaas und Blumstein. Die wohnten noch näher an Marienburg, da gingen auch die Kinder in Marienburg zur Schule. Und dann sind die öfter hingefahren. Und das hat den auch gewaltig geärgert. Da hat er die polnische, der polnische Zoll. Und dann hat er mal ein Päckchen gepackt mit Kuhmist. Und hat das gut, hat das gut verpackt. Und da war er beim Zoll. Und ja, was ist, was ist hier? Ja, da ist was von der Kuh drin. Und da hat er das aufgemacht. Da hat er vermutet, irgendwie Fleisch oder was Geräuschertes oder was. Da hat er das aufgemacht, hat sich die Uniform bekleckert. Und da hat es so, wo das Fuchs Teufelsbild. Ich habe doch gesagt, da ist was von der Kuh drin. Da hat er dem entgegnet. Ich weiß nicht, was für Konsequenzen das hat er. Das war auch eine Idee. Ja, das fährt mir gerade erst da hin. Ja, sehr gut. War doch auch, waren doch auch die, die von Liesau nach Danzig zur Schule fuhren. Tante Ilse doch mal erzählt, dass die da nach Dirschau rein mussten und dann wieder raus. Ja, aus dem polnischen Gebiet. Die mussten von Dirschau in den Zug steigen, nicht? Das ging aber ins polnische Gebiet, konnten sie ohne Wieser einreisen. Mit den Danziger Pässen. Es war irgendwas, denn Jan, sonst ist irgendwas mit dem Pass gewesen. Sie, nee, nee, in Liesau, weiß ich, welcher Jan Sohn, wurde in Liesau festgehalten, weil er seinen Pass nicht dabei hatte, glaube ich. Er musste wieder nach Hause und hat seinen Pass holen müssen. Obwohl er ja jeden Tag die Strecke gefahren ist, in Dirschau rein und dann durch das polnische Koidor-Gebiet, das war ja nur polnische Staatsgebiet, und dann wieder rausreisen ins Danziger, Freistaat-Gebiet hinein. Da hat also an einem Tag, um zur Schule zu kommen, die Grenze zweimal passieren müssen. Ja, und das ging nicht, Pass vergessen ging nicht. Obwohl ihn an jeder Stelle jeder gekannt hat, weil er da schon monatelang da hin und her fährt als Schüler. Ja, es war dieselbe Situation dort, das war die Westseite des Freistaates wie Marienburg, das war die Ostseite, aber die Situation dort in Liesau. Er hat sich dieselbe. Ja, wir kennen das ja auch von der früheren DDR-Grenze her, aber du konntest dir ja auch nichts erlauben und wusstest du auch, wenn du Waren hin und her oder Waren reinbringen wolltest, ob das ging oder nicht ging. Das war auch willkürlich beispielsweise. Ich habe einmal gefragt, kann ich 50 Meter Lichtkabel dort reinbringen, wenn ich wieder einen Besuch mache. Und dann hat mir der Grenzer gesagt, na bringe ich es her, dann werde ich ihnen sagen, ob sie es können. Und sowas gab es also an der DDR zig Jahre später, wie das an der Freistaat-Danzig-Grenze eben auch war. Das war also sicherlich ein bisschen dem Ermessen der diensttunenden Leute anheimgestellt. Also ich weiß, der Vater wusste manchmal, welcher Grenzer Dienst tut. Und die Einzelnen, die waren wohl bekannt. Die einen waren scharf und die anderen weniger. Und wie er das wusste, weiß ich nicht. Musste ja irgendwie einen Mittelsmann gehabt haben, mit dem er da telefonierte. Aber der wusste, dann und dann, an dem Tag, ist der und der da abends. Es war immer wichtig, wer es abends oder das nachtsdienst hatte. Und da konnte er ein bisschen ab und zu geben scheinbar. Aber wie er das fertig bekam, das kann ich nicht sagen. Also mir ist eine Erinnerung, dass ich geweckt wurde von der Mutter. Aber das war nicht um vier, das war aber erst um sieben. Und es wäre Krieg. Könnte mir gar nichts darunter vorstellen. Ja, gehen wir dran. Ja. Und es war in der Sonnenschein. Und doch, dann hörte ich auch draußen, dass Flugzeuggeräusch ungewöhnlich ist. War nicht zu sehen, aber ungewöhnliches Flugzeuggeräusch. Und am Mittag mit einmal kamen Flüchtlinge, Drecks. Die wurden auf dem Hof verteilt, im Dorf verteilt, auf dem Hof verteilt. Und haben die Scheune und den Kuhstall, der ja leer war. Es war September, die Kühe waren auf der Weide, Tag und Nacht. Und da wurden die Gebäude belegt. Wo kamen die her, die Flüchtlinge? Die kamen aus der Gegend von Liesau. Pahlschau. Und wie die Dörfer in der Gegend heißen, da wurden die evakuiert. Scheinbar schon in der Nacht, dann sind die losgezogen. Ziemlich unvorbereitet. Das ist mir erst nachher gekommen. Und dann haben die, auf dem Hof haben die abgekocht. Und haben sich dann Strohlager bereitet. Und das waren, ja. Das waren an sich so Flüchtlinge, wie wir später 1945 davon gezogen sind. Also das ist mir noch in Erinnerung. Und was wurde aus denen? Die sind nur zwei Tage geblieben. Und dann hat sich die Front schon, das ist ja ganz schnell, hat sich die Front verschoben. Und da war die Sache wieder sicher. Und dann sind die nach zwei Tagen abgezogen. Waren die Verwandten da auch dabei? Wieder nach Hause. Nein, nein, war nicht. Ob das schon vorher, ich weiß es nicht, ob das vorher irgendwie organisiert war, das kann ich nicht sagen. Aber das verlief alles ziemlich ruhig. Allerdings, der Hof hat gewimmelt von Leuten, was war völlig... Ungewohnt, nicht? Und Fuhrwerke standen dann da und die Pferde mussten versorgt werden. Und das war was ganz Ungewöhnliches. Aber das hat sich nach zwei Tagen wieder normalisiert. Die zogen wieder nach Hause. Und die Sache lief wieder weiter wie bisher. Und das war der Kriegsanfang. Aber sonst haben wir vom Krieg nichts, gar nichts gelernt. Außer, dass der Vater, der wurde nur plötzlich eingezogen. Wie hast du das erlebt? Ja, ich habe im Gedächtnis noch, das war in der Nacht, es hat gerumst. Und mächtig. Und irgendwie war das anders als Gewitter, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann habe ich unten gesessen in der Essstube. Ich weiß nicht, in welchem Zimmer ich im Bett geschlafen habe. Wir haben offensichtlich nicht im gleichen Zimmer geschlafen. Ich weiß, ich saß auf dem Sofa in der Essstube und kriegte dann erzählt, ja im Moment, also jetzt ist Krieg. Und dazwischen immer wieder dieses Wumm. So. Und konnte mir natürlich im Krieg auch nichts vorstellen. Ja, man hatte mal was gehört, aber so. Ich weiß auch nicht mehr, dass der Hof dann mit Flüchtlingen voll war. Ich weiß bloß noch wieder, dass dann irgendwann jede Menge Soldaten zu Fuß und auch Beritten durch das Dorf zogen. Und dann auch in unseren Hof hinein und dort im Stall und Scheune übernachtet haben. Und es war natürlich für uns, ich war damals fünfeinhalb Jahre, wahnsinnig interessant, was da alles so ablief. Und im Stall weiß ich noch, da waren ein paar Soldaten, die haben mit der Pistole Übungsschießen gemacht. Die stellten sich da eine Blechdose hin und haben dann auf diese Blechdose geschossen. Und mich haben sie ein bisschen weiter nach hinten gejagt, weil ja die Gefahr der Querschläger auch bestand. Also ich durfte meine Nase nicht zu nah an der Blechdose haben. Und ja, die haben sich auch bekocht, Gulaschkanonen und so weiter. Und ich weiß auch noch, dass für die Soldaten ein strenger Dienstbetrieb eingerichtet war. Es waren ja zwei oder drei Tage bei uns. Die waren länger. Ja, das kann sein. Oder sie haben gewechselt. Ja, sie haben gewechselt. Aber die hatten eigentlich keine Ruhe, dass sie sich da ausruhen konnten, sondern die mussten exerzieren und ihre Gewehre auseinandernehmen und zusammenbauen. Und es war auch ein Zug mit Maschinengewehren da, weiß ich, die lagen in einer Tenne in der Scheune. Und auf Kommando wurde mit der Stoppu dann festgestellt, wie schnell sie feuerbereit waren, wie schnell sie ein G aufgebaut hatten und dahinter lagen. Und die ersten Schuss aus den Gurten dann da rausgeschossen wurden. Das war Platzpatronenmunition. Aber das lief wie im Ernst dann ab, ja. Und ich hatte ja Zeit, ich ging noch nicht zur Schule. Ich habe also den ganzen Tag da rumgestanden und geguckt, was diese Soldaten da machten. Offiziere waren im Haus einquartiert, in einer Stube. Und es war ja noch sehr warm, es war ja alles gut. Gut, später haben wir mal bei Kälte Leute in der, Offiziere auch in der Stube gehabt. Die waren mit dem, das waren Rheinländer, die waren mit dem Kabelofen, wie wir sie im Osten hatten, nicht vertraut. Und obwohl der Vater sie gewarnt hatte, nicht alle Kohlen, die sie davor fanden, auf einmal in den Ofen zu schaufeln, haben sie es dann schließlich doch gemacht. Und ich weiß, es war spätabends eine große Aufregung. Der Kachelofen drohte kaputt zu gehen, weil sie eine Riesenmenge Kohlen in das Feuerloch geschaufelt hatten. Und jetzt eine Hitze entstand, die hatte den Ofen voll zerstört. Da wurde die ganze Blut rausgezogen. Und Gülder schwärmen konnte ja nicht, das wäre noch schlimmer geworden. Und es wurde dafür gesorgt, dass also kalte Luft durch den Ofen ziehen konnte, um ihn abzukühlen. Aber das war ein, zwei Jahre später. Was noch zu den ersten Septembertagen zu sagen ist, es fuhr sehr viel Militär durch das Dorf. Und die Danziger oder die ehemals Freistaat Danziger waren so begeistert davon, dass sie jetzt wieder zum Deutschen Reiche gehörten und dieser Spuk aufhörte, dass die Soldaten mit Esswaren überhäuft wurden. Ich weiß, erinnere mich an zerfahrene Äppel. Es war ja gerade die Zeit auch, dass die Äpfel reif waren. Es war genügend da. Sie kriegten auch Würste und dergleichen aufgereicht auf ihre Fahrzeuge. Zum Teil kamen ja gepanzerte Mannschaftswagen da durchgefahren. Gekochte Eier. Gekochte. Das weiß ich noch, ja. Ja, die konnten wenigstens nicht kaputt gehen. Und jede Menge Blumen. Die kamen ja nur schon aus anderen Dörfern, waren schon durch andere Dörfer durchgefahren. Und waren natürlich mit Blumen, sicherlich auch mit Esswaren total überladen. Also sie hatten eigentlich in diesen ersten Tagen ein sehr gutes Leben. Ja, ich weiß von der einen Kartellentierung noch. Ich war ja auch viel bei den Soldaten. Und die hatten kalt verpflegen, dann des Abends. Und dann gab mir mal der eine aus der Büchse Leberwurst, Brot mit Leberwurst zu schmecken. Die war gut. Habe ich dann noch ein neues Brot verlangt oder hat das mir so gegeben, wie er gemerkt hat. Weiß nicht. Jedenfalls habe ich mich dazu gesetzt und habe dann seine Leberwurst gegessen. Und da hat die Mutter hat das gemerkt. Da hat die mich da rausgezogen. Und mir da eingehend ins Gewissen geredet. Ich dürfte ihn doch nicht das Essen wegessen. Ja, das weiß ich noch sehr gut. Aber die hat gut geschmeckt. Das war aber ganz was anderes, wie die selbstgemachte. Und ja, aber das wurde mir dann streng verboten. Ich sollte ihn nicht das Essen wegnehmen. Und dann war also die Fahrt nach Marienburg jetzt problemloser, weil der Zoll entfiel. Ja, ja, das war jetzt ganz was Neues. Dass man da vorbeifahren konnte, am Zollhaus vorbeifahren konnte, ohne anzuhalten und Schwierigkeiten zu haben. Das war, ja. Das Zollhaus war ja ein festes, aus Ziegen gebautes, großes Gebäude. Und das stand eine Zeit lang völlig leer. Ja, also um hier was Endgültiges zu sagen. Man war einfach zu jung in der Zeit. Ich war damals, ich war damals acht Jahre alt. Acht. Nein, noch nicht mal. Nein, siebeneinhalb. Ja, war gut, ja. Also um das überblicken zu können, war einfach, war man einfach zu klein. Ja, war nicht so. Ja, war nicht so. Vielen Dank.